Kriegt es den Kalejcic? Aaaaaaah! Flanke kommt. Erste kleinere Chance durch den Kopfball von Younes für die Frankfurter. War aber recht ungefährlich. Ja, schöner Doppelpass. Förster, Endo. Schön gespielt. Hoch, jetzt ganz hoch auf Sosa. Wunderbar gespielt. Hat ja ein bisschen Platz. Die Flanke kommt. Kommt ein bisschen weit. Schade, Kalejcic kommt hin. Reklamiert einen Schubser. Ja, nee. Jetzt hat Korsic die Chance und eine Flanke kommt. Boah, cool. Den erwischt Silva ganz gut, aber war dann zum Glück recht unpräzise. Den kann Kupel recht einfach halten. Aber eine erste ganz gute Aktion für und von den Frankfurtern. Erster richtiger Abschluss aufs Tor. In der ersten Halbzeit, der uns ja auch bisher noch verwehrt geblieben ist. Sosa bringt die Ecke. Ja, nein. Mafropanus sehr frei. Läuft da sehr gut ein Hinteraiger vorbei und kommt dann wirklich recht arg frei zum Kopfball. Und der geht halt wirklich deutlich links vorbei. Da war mehr drin. Oh mein Gott. Schade, schade, schade Mafropanus. Da war deutlich mehr drin. Jovic, so, ein dicker Kostic. Oh nee, das muss ja jetzt nicht gewesen sein. Ja, 1-0 durch Philipp Kostic. Jovic steht aber sehr, sehr eng vor Abseits da unten. Das muss man sich nochmal angucken. Der war einfach eiskalt. Den hältst du halt nicht. Der war einfach richtig stark. Durch die Beine von Mafropanus platziert rechts unten. Den hältst du halt nicht. Aber jetzt Jovic. Abseits. Ja, nein. Ich will die Seelen nochmal sehen. Was soll das denn? So, jetzt kommt die Entscheidung. Abseits. 0 zu 0. Huh. So, wir machen hier direkt Attacke zurück. 0-0. Krone richten. Weiter geht's. Jetzt Kämpf. Guck wieder das hier über Mitte. Sehr viel Platz. Ja, da war ja knapp. Bringt das Ding. Kalajcic. Ah, der ist drin. Sasa. Kalajcic. 1 zu 0. Und da sehe ich gar keinen Grund, dass es zurückgenommen wird. 1 zu 0. Ich dachte schon, Kämpf hat richtig Platz in der Mitte. Richtig Platz. Dachte schon, warum liegt er nicht links runter? Warum liegt er nicht links runter auf Sasa? Braucht er nicht. Ein richtig schöner Chipball hoch auf Kalajcic in die Mitte. Der nimmt ihn an. Breit ein bisschen weit nach vorne. Aber weil er einfach gefühlt 5 Meter lang ist, Kretschers Ding noch antrappt vorbei ins Tor. Sehr, sehr geil. Sehen wir jetzt nochmal. Ja, da steht er ganz alleine rum einfach. Kämpf läuft, läuft, läuft. Top-Ball. Sensationell angenommen. Fast einen Ticken weit. Und dann auch ein bisschen Glück gehabt, muss man auch ehrlich sein. Ja. Krätscht das Ding. Krätscht das Hinterecker quasi an die Hand. Oder an den Arm. Und dann dadurch, ja, an die Hand. Und dadurch unhaltbar abgefälscht aus kurzer Distanz rein. Kalajcic auf dem Boden, weiß auch nicht ganz, wie ihm geschieht. 1 zu 0 für uns. Da ist auch keine Gefahr wegen Abseits und nix. Alles komplett regulär. Sehr geil. Sehr geil. Und jetzt darf natürlich mein Spruch sehr, sehr gerne stimmen. Von wegen, wer das erste Tor macht, gewinnt das Spiel. Da wird natürlich der Spruch sehr gerne stimmen. Aber den würde ich jetzt fast zurücknehmen, weil Frankfurt jetzt natürlich volle Karacho nach oben gehen wird. Oder noch mehr Offensive gehen wird, als es sowieso schon tun. Sehr schön. Krass. Wir führen in Frankfurt. Sehr stark. 1 zu 0 Führung in Frankfurt. Jetzt Jovic. Abschluss. Wieder geblockt. Kostic oben. Wieder Abschluss. Hä? Nein! Und dann fällt das 1 zu 1 eine Minute, nachdem wir das 1 zu 0 machen und ist eine Kopie vom 1 zu 0, was zurückgenommen wurde von Frankfurt. Das ist eine 1 zu 1 Kopie gefühlt vom Abseits-Tor von Kostic vorhin. Nur, dass es diesmal sehr wahrscheinlich kein Abseits war und das Tor zählen wird 1 zu 1. Jetzt geht es hier auf einmal los. Nee, gar kein Abseits. Und auch wieder eiskalt. Der hüpft noch böse auf. Krass. Krass. Das ging schnell. Eine Minute, nachdem wir in Führung gehen, steht das Spiel wieder, wie es ja auch verdient ist, immer auch ganz ehrlich, steht das Spiel wieder bei einem verdienten Unentschieden. Frankfurt-Ecke bleiben dran. Wir kriegen den Ball dann nicht weg. Jesus Maria. Jovic mit einem Side-Fight-Zier. Jovic mit einem Side-Fight-Zier und schießt zum Glück Sosa an. Nochmal, Ecke. Jetzt macht natürlich Frankfurt ein bisschen Druck. Mach richtig Druck. Ja, und die Film-Nominierung von Anton vielleicht. Wenn er weiterhin Top-Leistungen gibt, vielleicht. Aber das liegt dann wohl am Jogi, nicht an uns. So, Isanka. Abgefälscht! Isanka-Fernschuss ekelig abgefälscht durch Kämpf. Aber der droppt dann doch... Ne, nicht durch Kämpf. Doch durch Kämpf. Der droppt dann doch recht eindeutig hinter das Tor. Eckball trotzdem nochmal gefährlich jetzt für die Frankfurter, kurz vor Schluss hier. Jetzt kommt die Ecke. Jovic! Boah, Kobel. Boah, Junge. Gute Ecke. Kovic. Äh, Kovic. Joch. Mix aus Jovic und Kobel. Kobel ist dran. Ja, Kobel ist dran. Der wäre sowieso drüber. Aber er ist dran, glaube ich, zur Sicherheit. Guter Kopfball. Geht eh drüber. Kobel ist noch dran. Eckball für die Frankfurter, die jetzt ein bisschen Druck machen. Mal gucken. Vielleicht kriegt man da noch irgendwie ein Konter oder so. Ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben. Aber erst mal die Ecke verteidigen. Boah. Boah. Boah, Alter, Falter. Die kam auch nicht verkehrt, die Ecke. Die war nicht verkehrt. Jetzt langes Holz von Kobel. Der kommt fast an, aber nicht ganz. Wäre Kobel nicht da gewesen, wäre es ja. Junge, Junge. Ich meine, der war auch, kam quasi direkt auf Kobels Ding. Aber der kam mit Wucht. Da stand der Keeper richtig hinter Ecker. Ja, direkt auf Kobel. Muss er halten. Halter auch. Aber da steht der Keeper, wo er stehen muss. Sehr, sehr wichtig. Kommt nicht verkehrt. Ja, Kobel hatten. Aber das war noch eine Chance für Silva. Und nochmal ein Eckball für Frankfurt. Also mittlerweile nehmen wir das Unschieden hier mehr als gerne mit. Wichtig gehalten. Und er pfeift ab. Wir nehmen ein 1 zu 1 aus Frankfurt dankend mit. Das war ein Spiel von hoher Druck gegen hoher Druck. Da ist es von Beginn an Volle Carraro Offensive von Frankfurt. Und auch von VfB Seite aus Volle Carraro Offensive. So war es einfach. Also er hatte dafür recht chancenarm. Ich glaube 0,2 zu 0,2 x Goals. Daran konnte es schon sehen. Aber sehr, sehr ausgeglichen. Die zweite Halbzeit war auch sehr lange, sehr, sehr ausgeglichen Feuerwerk im Sinne von physisch und Offensive und so weiter. Aber kein Feuerwerk von Chancen. Auch in der zweiten Halbzeit nicht großartig bis in die Schlussphase vielleicht. Da machen wir unsere Tore durch Karlajčić. Sehr, sehr schönes Ding. Auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Aber cool hier zu führen. Und dann halt ein bisschen unpraktisch. Also direkt drauf. Direkt drauf. Das 1 zu 1 bekommst durch Kostic. Der quasi sein Abseits-Tor nachgestellt hat. Nur diesmal zählt es halt. Am Ende des Tages an Frankfurt mit sehr viel Druck. Wie auch eher mit dem defensiveren Wechseln am Ende. Und dann nimmst du einfach als VfB bei so einer heimstarken Eintracht. Nimmst du halt 100% das 1 zu 1 hier mit. Ist für mich auch weiterhin einfach aus der Lage raus, wie gut Frankfurt ist aktuell. Und verdien es unschieden für die Leistung von VfB. Wenn auch natürlich Frankfurt am Ende schon einen Chancen-Plus hatten. Das kann man nicht abstreiten. Aber am Ende des Tages, ja, interessantes Spiel. Hat Spaß gemacht. Stream-Rekord gebrochen. Wer hat noch 197 Zuschauer? Wir runden auf 200 Zuschauer. Das heißt, im Rekord um so knapp 15 Personen gebrochen. Im Vergleich zum Köln-Spiel damals im Oktober, November. Das ist 1 zu 1 zu Hause. Deswegen sehr, sehr geil. Sehr geiles Stream gewesen. Sehr geiler Support. Auch sehr schönes Spiel gewesen. Auch wenn es kein Offensiv-Chancenspektakel war. Aber war ein interessantes Spiel zum Angucken. Am Ende des Tages nehmen wir das 1 zu 1 hier. Gerne mit in Frankfurt. Gut, 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 gut Untertitelung des ZDF, 2020